So, entzückend, Schätzchen. Was wollten Sie gerade sagen, Morgan? Also stand die Abstimmung 43 zu 41 gegen uns, aber die Gesetze sagen, dass... Die provisorischen Gesetze des Lord Negan... Sehr schön. Ganz genau. Sie besagen, dass die Konservativen drei zusätzliche Stimmen erhalten. Aber nicht im Monat des Holzes. Ach, wirklich? Woher weißt du denn so etwas? Denken Sie, ich sei als Kultesane geboren worden, Lord Pendle? Ich war eine Schreiberin bei Lord Estamont. Früher. Was ist dem alten Estamont zugestoßen? Die Ratten waren es. Ein alter Abwasserkanal unter seinem Parlamentsbüro. Eines Tages gab es eine Überschwemmung und... Ich will sie ja nicht töten. Dann mache ich das jetzt anders. Dann mache ich jetzt einfach mal... Zeit für langsamen... Äh... Armbrust... Zäuben... Richtige Armbrust... Bam! So... So... Beenden... So, das junge Dame... Aufs Bett legen... Äh... Tee... Ausrauben... Und der... Äh... Geht mal mit seinen Kumpels... Ein bisschen mit den Fischen schlafen... So... Ähm... Quatsch... Tür zu, Tür zu... Ich wollte ja nicht jetzt durchlernen... So... Aber nichts sehen... Deswegen... Tür auf... Tür zu... Dann beame ich mich da hoch... So... Da ist der Rauchersalon... Ach ja? Bestimmt ja... Herz... Dann werde ich das allererstes noch hoch... Dann werde ich das allererstes noch hoch... Hops... Gegentor hier sein... Ah, da hängt's... Dann nicht sagen, dass es mir gefällt... So... So... Dann... Werden wir den auch erstmal los... So... Und... So... Hätten wir das auch geschafft... Und wieder eine Rune gefunden... So... Okay... Dann... Rune... Und noch ein Artefakt ist da oben irgendwo... Also muss ich wahrscheinlich wieder... Stockwerk nach oben... So... Ich fliehe eh eigentlich... Stockwerk weiter nach oben... So... Schau ich erstmal... Mit meinem BH... Der Hals da ist... Wo die ganzen Gegner sind... So... Da ist einer... Da ist einer... Oh nee... Da sind zwei Stück... Wenn ich dich finde... Hast du nichts zu lachen... Okay... Die haben den Penner da drüben entdeckt... So... Nein... Er hat mich entdeckt... Scheiße... Oh... Zeit für Langsamen... Das wollte ich aber gar nicht... Ähm... Ich wollte mich eigentlich da oben... Ich weiß, dass du hier irgendwo bist... So... Vergess es! Ich habe genug... Ich habe genug... Puh... Knapp... Mir reicht's! Ich verschwinde! Das war knapp... So... Nochmal BH machen... So... Und hier... Oh... Da ist jetzt aber ganz schön viel los... Wo bist du hin? Wir wissen, dass du hier bist... Äh... Quatsch... So... Ich weiß, dass du hier bist... Ich weiß, dass du hier bist... Äh... Schreit, wenn ihr ihn seht... Okay... So... Schreit, wenn ihr ihn seht... Okay... Ack... Ack... Au... Au... Ich bin ein Pendleton... Ih lass dich auspeitschen und in meiner Nähe... Wer schläft dich? Du fehlst... Ich bin los, das ist Pendleton... Au... Das war fehl... Laden... Fehl, Fehl, Fehl... Mann, Mann, Mann... Och nö, das muss ich ja schon wieder machen. Hm, okay. So. Dann machen wir das jetzt anders. Weil ich keine Lust habe, lange zu warten. Oh, oh. Okay, nochmal. Oh mein Gott, wie schlecht. So. Dann machen wir das dann doch nochmal so rum. Da hin. Den Typen klapp machen. Sein Kram schnappen. So. So. Hier hin. Was wollten wir gerade sagen, Morgan? Also stand die Abstimmung 43 zu 41 gegen uns. Aber die Gesetze sagen, dass die provisorischen Gesetze des Lord Regenten... Äh. Zeit anhalten. Betäubung. Und ihn umbringen Ich hab sie doch getreut Du darfst aufs Bett Und du darfst Wie eben auch schon Mit deinen Kollegen schwimmen gehen So Kurzer Schlüssel auch gucken Ich werde dich finden Ich will mich nicht an die Stadtwaffe zu rufen Was ist das? Hier ist nichts Tür zu So und da hoch So Kein Maler verschwenden Muhaha Oh fuck der hat mich gesehen Ich weiß dass du hier irgendwo bist Mann 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 Was macht der denn da? Achso unter dich gucken Hm Soll ich zwischen speichern? Ja komm Speichern wir mal zwischen Mir wäre es ja lieber wenn diese Tür zu wäre Aber warten wir grad nochmal kurz wo der hingeht Aus Aus Sehr gut Ah du beschiss Schüssi So Okay Dann geh ich hier da hoch Und schau mal dass wir am besten irgendwie unbeobachtet da hoch kommen Was ist das da drüben? Da kommt man glaub ich nicht durch So Ich werde dein versteck finden So Ich werde dein versteck finden Oh da kann man sogar noch nachholen Ich werde dich finden du Hexenfisch Alter So Ich werde grad noch einen Wallhack anmachen Nice So gucken wo hier alle Gegner sind Wie konnte der mich eben sehen? Aufpassen Hier schleicht jemand herum So 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 Den betäub ich wieder So So Schauen wir mal ob wir da unbemerkt rankommen Ich glaub den muss ich aber so betäuben Machen wir es so. Und dann... Schauen wir mal. Hab schon gedacht, der hätte mich gesehen. Ähm... Dann machen wir das wieder so mit der Zeit. So... Armbrust... Und... Betäubung. Bam. So, wir müssen die Zeit wieder normal machen. So... Geld... Sehr schön. Da hängt noch mehr Geld. Ist das noch irgendwas? Ich glaube nein. Ich glaube nein. So... Auftrag. Jetzt muss ich noch Emily finden. So... Ähm... Ähm... ... ... Okay... ... 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 So, pack ich die hin. Besten auf den Typen drauf, glaube ich. Fällt dann ja nicht auf, wenn da so zwei verliebte Pärchen da hinter dem Sofa rumringen. So, speichern. Da hat irgendwas von einem Fenster auf dem Zettel gestanden, das nicht repariert sein soll. Nur wo? Hm. Da war ich vorhin. Das ist doch jetzt was... Ja, bla bla bla. So, jetzt mal kacke, wie komme ich denn da jetzt rüber? Hm. So. Komme ich hier irgendwie vorbei? Da ist nichts. Kann ich mich da vielleicht hoch beamen? So. Sieht mir nicht so aus. Hm. Wie komme ich jetzt da rüber? Muss ich jetzt wieder nach unten gehen, oder was? Oh, das waren ja viele. Äh, da habe ich mich dann. Nice. Ich glaube gar nicht. Zeit für langsam. Verdammt. So. So. Pärchen. Das war fehl. Was? Keine Sorge, ich finde dich schon noch. So, wie komme ich denn da hoch? Das wundert mich jetzt. Ich war da oben gewesen, das ist da hinten, aber kann ich da doch durch dieses Fenster durch? Okay, das lässt sich aufmachen. Und hier bin ich reingekommen. Ich hole doch hier hoch. So, BH anmachen und gut ist. Da ist jemand. Das ist wahrscheinlich das Mädel. Du kannst doch gleich dich auf das Bettchen schlafen legen, wenn ich mir hier das Buch durchgelesen habe. So, gute Nacht. So. Da liegt was. Gold? Was ist das? So. Nur kurz in dem Herz gucken. Da drüben. Wie komme ich denn da hin? Ah. Hier war ich ja vorhin gewesen. So. Gucken wir mal kurz. Was? Anhalten der Zorn. Das dauert etwas länger, wenn ich die Wirkung des Adrenalins abebbe. Was für ein Adrenalin? Nein. Wahrscheinlich habe ich das nicht, weil ich keinen kille. Deswegen. Äh. So. Rollerglieder anschalten. Und ab das Mädchen retten. Ne, aber als allererstes mal hier den ganzen Kram holen. Das ist wichtiger. Looten. Bam. Bam. Lieber Diablo. Immer schön zuerst alle Items aufheben und dann die Freunde retten. So. Wer bist du? Warum trägst du eine Maske? Carvo? Carvo, du bist es. You don't say. Du trägst eine Maske, um herumzuschleichen, richtig? Sie sagten mir, du wärst geköpft im Gefängnis. Tot. Wie Mutter. Das scheint so lange her zu sein. Aber du bist nicht tot. Wir können gehen. Ich bin zweimal fast entkommen. Es gibt eine bestimmte Tür. Für bestimmte Leute. Ich zeig sie dir. Und wenn uns jemand aufhalten will, kämpfst du mit ihnen. In die Richtung. Heißt das jetzt, ich muss die Leute umbringen oder was? Childcare. So. Trifft dich mir irgendwie? V.I.P. The Golden Cat. Ähm. Ja. Sieh. Der hört uns nicht. Die hören uns alle nicht oder was? Sehr lustig. Was ist das? Ähm. Ja. Schließ die Tür auf. Da... Dieses Haus... Was wolltest du sagen? Los. Du bist mit einem Boot gekommen. Ich warte beim Boot auf dich. Ich kenne den Weg. Keine Sorge. Okay. Na dann. Wenn du den Weg kennst, ist ja gut. Da kannst du ja auch allein gehen, Schätzelein. Und sie ist weg. Na toll. Gut, muss ich mich wenigstens nicht um sie kümmern. Wie ist das? Wie ist das? Die Alte schon wieder? Hallo Lumpenkäfling. Aber stirb jetzt nicht. Sonst fällt das Mädchen in den Fluss. So. Warte mal kurz gucken. Gibt es hier noch irgendwo was? Nö. Ich glaub ich hab alle... ...erwischt. Was hat der da? Hast du ihn gesehen? Den attraktiven Mann mit den hübschen dunklen Augen? Ich will ihm nur sagen, dass ich meinen Teil bin. Ähm. Ja. Wohin. Wo zum Teufel muss ich jetzt hin? Wann bin ich hier? Ja. Ja komm wer bießt nicht. Boah. Wo ist das sein, dass die da rumlaufen? Ah. Ich bin jetzt wieder hier unten, da in dieser komischen Straße oder das? Ah, ja. So. Ah, weg. So. Ah, Mann, Mann. So. Wollen Sie sich mal ansehen, was ich gefunden habe? Schauen wir mal, was er so zum Verkaufen hat. So, Vergrößerungslinse. Okay, dann kann ich mir auch hier die Betäubungspfeile holen. Ach nee, die kosten 100. Drüben kosten die nur 30. Puh! Da alle beteuert. Für was habe ich jetzt eigentlich in der Tür bekommen? Für irgendeinen Shop? Aber von wem? Und wo? Hier war ich schon mal. So. Sonst noch irgendwas? Ähm... Ja, wo das ist. So. Alles klar. So. Dann kann ich jetzt hier zurückgehen eigentlich. Hat gerade jemand auf mich geschossen? Wo kommt der her? Alter. Arschgeige. Was ist das für ein Typ, ey? Attentierter. Dumme Sau. Okay. Ich habe gedacht, hier kann man ohne Probleme durchlaufen. Dann habe ich aber hier einen Schlüssel für irgendwas. For sale. Achtung, Bürger von Dunwall. Egal. So. Hier ist keiner mehr. Äh... Da gucke ich sicherheitshalber nochmal. Aber... Ich sehe nichts. So. So. Hat sich auch irgendein lustiger Zeitgenosse versuchte, mir mein Steam-Account gerade einzulocken. Von einem PC, der nicht autorisiert ist. So was aber auch. Gehen Sie beide soweit? Corvo, Sie müssen heute Abend in der Stadt Wunder vollbracht haben. Ich kann meinen alten Augen kaum trauen. Ähm... Joa. Dann gehen wir mal wieder nach Hause. Run gefunden. Drei von fünf. Warum nur drei von fünf? Ich habe doch überall geguckt. Verstehe ich nicht. Gemälde habe ich keine gefunden. Na so wenig Gold. Hm. Chaosfaktor niedrig. Niemand getötet. Okay. Gegner eliminiert elf. Zielisten eliminiert. Alarme ausgelöst. Okay. Hm. Habe ich wohl nicht ganz so gut gespielt. Schade. Naja. Bast schon. So. So. Sie haben Ihre Angelegenheit erledigt, Corvo? Es steht mir nicht zu, darüber zu urteilen. Doch wenn jemand sein Schicksal verdient hat, dann waren es diese Patents. Von welcher Angelegenheit... Ach stimmt, ich habe die beiden ja gekillt. Oh, ich... Angelegenheiten für Erwachsene. Ich meine, eure Hoheit. Vergib. Kein Problem. Ich habe in der Golden Cat von Erwachsenen-Dingen gehört. Oh. Ich sollte mich darauf konzentrieren, dieses Boot zu steuern. Die Bootphysik ist ja schon lustig, mit dem seinen Hebel da, den er da hat. Sieht ja schon ein wenig pädophil aus, wie der da mit seiner Hand da rum macht. Ich werde für Sie sorgen, solange Sie bei uns sind. Freut mich. Freut mich auch. Wollen Sie jetzt in meinem Turm sehen? Kann ich sehen? Ja. Gerne. Sie werden es sehen. So wie den ganzen Hound Pits Pop. Gut. Ich glaube, hier gefällt's mir. Ich gehe mit Callista, Corvo. Wir sehen uns später. Okay. Sie beeindrucken mich immer wieder aufs Neue. Nur mit einer Klinge bewaffnet haben Sie den Lauf der Stadt für immer geändert. Und nach dem Ende der Zwillinge wird Lord Pendleton für Sie im Parlament abstimmen. In einer Nacht haben Sie mehr getan, als die meisten Männer in Ihrem ganzen Leben. Ich muss noch etwas mit Ihnen besprechen. Doch zuerst bittet Lord Pendleton um eine Unterredung. Na dann. Schauen wir mal kurz. Ich finde Lord Pendleton. Okay. Gut. Sage ich aber mal so. Schauen wir beim nächsten Mal. Denn ich mache jetzt noch eine Pause. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und, ähm, ja. Liked uns auf Facebook. Facebook.com Slash FortBlogsNet Abonniert uns. Teilt unsere Videos. Zeigt's alle euren Freunden. Und bis demnächst. Ciao.